Mit der nächsten Übung dehnen wir die Beinmuskulatur, stellen nun beide Füße nebeneinander, dass die Fußinnenflächen sich berühren und überkreuze dann die Beine. Der rechte Fuß steht nun an der Außenseite des linken Fußes. In dieser Stellung hält das Knie, das vorne ist, das hintere Bein gestreckt. Verschränke vor dem Körper die Hände und drehe die Handflächen zum Boden, hebe jetzt mit dem Einatmen die Arme gestreckt nach oben und du richtest dich auf, ziehst alle Wirbelkörper auseinander, der Bauch ist fest, du ziehst noch einmal den Beckenboden Richtung Nabel und mit dem Ausatmen beugst du den Oberkörper zusammen mit den erstreckten Armen nach unten, indem du die Hüfte langsam beugst, die Handflächen zeigen zum Boden. Du atmest in dieser Stellung tief ein und aus. Beim Ausatmen nähern sich die Hände dem Boden, beim Einatmen gehen sie ca. 10 cm nach oben. Die Bewegung ähnelt der einer Pumpe. Achte darauf, dass du beim Ausatmen den Bauch feste in Richtung Wirbelsäule ziehst. Und wiederhole diese Übung siebenmal. Du gehst nach unten und nach oben. Mit dem Ausatmen ziehst du den Bauch Richtung Wirbelsäule. Du bringst die ganze Energie in deinem Körper in Schwung und gleichzeitig dehnst du die Rückseite der Beine. Auf dieser Beinrückseite verlaufen wichtige Meridiane, wichtige Energiebahnen, Nadis, die jetzt aktiviert werden. Wenn du siebenmal geübt hast, komme langsam nach oben zurück. Du streckst die Arme einatmend nach vorne und dann bewege dich langsam nach oben. Du bist ganz gestreckt und ausatmen. Die Arme links und rechts neben dem Körper senken. Energie verteilen. Wiederhole die Übung mit dem linken Bein vor dem rechten. Du stellst jetzt das linke Bein wie in der Anfangsübung an die Außenseite des Rechten. Verfahre dann in gleicher Weise. Du verschränkst die Hände vor dem Körper. Handflächen zeigen nach unten. Einatmen. Streckst du die Arme nach oben. Mach noch einmal den Bauch fest. Du ziehst den Beckenboden Richtung Nabel und ausatmen. Beuge dich langsam nach vorne unten. Die Hände nähern sich dem Boden. Und achte, wenn du jetzt siebenmal atmest, achte darauf, dass beim Ausatmen der Bauch wieder Richtung Wirbelsäule gezogen wird. So massierst du die inneren Organe und bringst die Energie im Bereich des Sakralchakras, im Bereich der Eierstöcke in Bewegung. Wenn du siebenmal geübt hast, komm wieder langsam mit gestreckten Armen nach oben. Streck dich ganz lang. Und ausatmen. Die Arme links und rechts neben dem Körper senken. Energie verteilen. Und stehe dann mit geschlossenen Augen ganz entspannt. Die Arme hängen locker links und rechts neben dem Körper. Atme ein und langsam aus. Versuche doppelt so lange auszuatmen, wie du einatmest. und atme in das Becken, schicke Energie in das Becken hinein. Spüre einen Moment nach und fühle die innere Ruhe in dir, in deinem Körper. Anhaltender wellbeing Anhaltender